ich versuche es und ich komme gerade aber schlag mich doch nicht ihr Idioten wie dann? womit? und scroll deine Maus von rechter Seite rechte Seite hier kannst du nicht einschalten scroll deine Fahrt äh dann und dann steht da right backseat oder so Hallo und herzlich willkommen nächste alte Stelle Bus Simulator 2013 ich sitze hier wirklich du kannst wenn du jetzt Nummer pet enter drückst die Sicht ändert ja ja hab ich gerade gemacht wir müssen aber demnächst kurz anhalten ich brauche ein Penkel und mein ganzes Bildschirm ok ja jetzt kann ich immer du das ist cool so sehr kurz aus ich muss nicht nur kurz Penkeler Penkeler ich glaube das ist offiziell nicht so genannt ja für mich schon so jetzt steht es schon und doch mal herzlich willkommen den Bus links rechts sehen sie Bäume und links sehen sie auch Bäume wie gesagt nächste alte Stelle ist Elektro ok gut gut ich hasse Bus ist schwerer zu denken wenn sie das haben wir vor 20 oder 5 Spiele im Spiel ich bin mal nicht tot das ist echt unglaublich ja ich habe meine und jetzt haben wir schon Fahrzeug und Bus ja wir haben es drauf ja ich kann nach hinten gucken wohin guckst du wenn du ein drückst die Maus bewegst wenn du ein drückst die Maus bewegst wenn du ein drückst die Maus bewegst ganz überhinkst weg von der Straße zur Milch weg von der Straße zur Milch welche alt denn bei mir klappt das nicht bei mir klappt das nicht ja sind schon weit gekommen das ist aber schön eingerichtet hier tut dann krass wir hier so Sitze ja ja und es passen so viele Sitze die hier drin sind so viele Leute passen in den Bus rein ok krass das ist jedes Fahrzeug so eingerichtet hm schön realistisch das ist realistisch oh ich habe 20 FPS geile Sache ja ich habe hier 24 guck wir sind aus der Stadt raus dann beginnt die Gute das ist das ist das stimmt dass wir uns über 20 FPS freuen ja das ist ich freue mich ich bin 20 Prozent weil ich es ist aber bei 40 bin ich schon so warum so wenig weil regnet es hier gerade das ist ein Markt also das ist es ist gut das meine ich das ist das ganze das ist ganz das wird so abhängig ja ich bin ja es ist ein Besonderes ja Bus es geht was hier auf war also in Sachen Klau wird kann man gut befahren Ja? Wollen wir es testen? Du stellst dich vor, ich überrasch' dich kurz. Klaro. Du fliegst am Anfang erst mal so ungefähr 20 Meter, dann kriegst du ein bisschen Unmacht, kriegst noch ein Loch, dann noch gar Milch und dann bist du sofort. Kranker Scheiß. In 200 Meter, in Neptun. Tankstelle. Wir sind schon voll aufgetan. Okay. Ich hab ja keine Ahnung. Ich hab ja Mords hinzugefügt und so... Also, jetzt sind es noch so verpackte Fahrzeuge sind eigentlich so mit Tank voll, ja? Das heißt, hier voll ein bisschen wenig. Aber demnächst soll es so sein, dass jedes Fahrzeug ohne Tank spawnen wird und noch dazu kaputt sein wird. Und dann muss man finden, äh, also muss man Sachen finden und einen Jerrycan, damit du das Fahrzeug... Loll! Loll! Du bist ausgestiegen. Loll! Gibt es noch? Nein! Ich hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Oh, war ich verwirrt. Ich spring niemals aus einem Bus raus. What the fuck? Ich hab einfach nur auf mein Skull-Ding gedrückt. Oh, kranker Scheiß! Oh, kranker Scheiß! Bringt niemals aus einem Bus raus. Oh, das heißt, wer das jetzt tot bin! Oh, das ist doch! Ja, spawn erstmal neu, dann kannst du sagen, wo du bist, das kann ich vielleicht abholen. Ja, ich weiß nicht, wie man eigentlich spawnt. Abort! 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 Yes! Disconnect! Ja! Äh, ja, halt nicht ganz disconnecten, halt. Zu Lobby, zu dein Lobby! Ja, okay, soll ich jetzt aber auch okay drücken? Und dann wieder auch okay! Eigentlich hattest du ganz gute Sachen, wenn ich so überlege. Oh, ich hab mich immer Waffe gehabt. Ja, aber... Pfeifen. Das ist auch gut. Ich warte jetzt... Ich warte jetzt mal alle deine Sachen in den Bus rein. Äh, Cernarus, kannst du halt, das ist immer das Sporner? Cernagors, meinst du? Kann sein. Kann sein. Das ist das zweite ist das Name, das zweite. Okay. Also unter dem ganzen Text ist das zweite immer der Name der Stadt, also wo du gespawnt bist. Tanz, Tanz, yeah! Ja. Und ich brauche ein Gier, also bei uns ist jetzt Glas 2 kaputt. Hm. So, Gier. So, dann sag ich mal, packe ich mal ganzes Backpack hier so alles rein in den Bus. Aber echt krass, wie du rausgesprungen bist. Alter, ich war voll verwirrt. Total cool. Ja, war geil. Ich hör' nur so, Tür geht zu, also Tür geht auf, Tür geht zu, und dann seh' ich nur, smile, let's play tot. Oh. Das ist doch mies, gell? Das ist doch voll deprimierend, wenn man so und die so recht lang überlebt hat. Wieso hast du so viel Müll mitgetragen? Ich hab' keine Ahnung, ich hab' einfach alles genommen, was da so war. Hey, das ist nicht geil. Diese wunderschöne Texturen. Da hast du die Pflanzen, sehr einfach wunderschön aus. Aber das frisst sehr viel, sehr viel. Das ist ironisch gemeint. Auch für die Pflanzen sind nicht unbedingt schlecht aus. Ja, aber ich hab' mir zu sagen, so schlecht ist es auch mal wieder nicht. Na dann, ich hab' deine Aktion mitgenommen und dir sie es zu geben, jetzt muss ich nur wissen, wo du gespawnt bist. Hab' ich das nicht bei dem gesagt? Nee. Also, ich fahr gleich die Kiste entlang und was du mich hörst. Da ist er von mal so'n Zug-Gleis-Dingens und so'n Straße nebeneinander. Warte, ich hab' vergessen, deine Map mitzunehmen. Ich hab' mein Map eh übernust, weil das mir sowieso nix bringt. Hm, da geh' ich mal in den Häuser rein und schau' mal, was da so gibt's. Ja, 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 langsam. Na, hallo. Ja, den Exos gefällst hier schon mal, hm? Oh mein Gott, Zombies. Hm, ich hab' ja nicht gesehen. Also, von mir ist die Strattenzombie. Geh weg von der Straße. Was für die Straße? So, gehst du mit mir? Nein, nicht du. Höchst du mit mir? Ich mein' den Zombie. Machen wir doch gar nicht. In der Aufnahmeseite in der Aufnahme? Nee. Nee. Wer ist denn Luca? Das ist ein Admin von dem GPF Clan, aber der ist hier nicht der Admin, also der ist nur im Teamspeak. Achso. Oha, nein, nicht mich angreifen, lass mich in Ruhe. Wenn du irgendwo nen Bus siehst oder hörst, sag mir. Nein. Sieht ein bisschen schlecht für mich aus, möchte ich es zu geben. Ja, das ist echt schlecht. Äh, Bandage. Wieso musst du abspringen? Ja. Ich glaub ich bin wieder tot. Guck, einmal lass ich dich aus den Augen raus, bin schon schon tot. Ja, ich glaub ich bin wieder tot. Ich glaub es ist mich nicht zu bandagieren, die Zombies wollen mich unbedingt töten. Voll gemein. Alter, lass mich doch immer im Urschess, Opa ey. Ja, das ist echt aber mies. Bandagiert. Wie lange brauchst du eigentlich so ein Video hochzuladen? Zu lange, weil ich mir Telekom konnte. Oh mein Gott. Ja. Meistens lasse ich es über Nacht oder wenn ich Schule bin hochladen. Und ich glaub ich lass mal über die Nacht, ich lass mal ein paar Serien hochladen. Du sagst mir Bescheid, wenn du die hochlädst, ne? Damit wir gleichzeitig gehen. Mhm. Also ich lade die da halt auf den Fall. Ah. Wahrscheinlich spätestens übermorgen hoch und dann stelle ich dir erst mal auf Privat und wenn du das dann halt hochlädst, sag mir Bescheid. Weil heute muss ich noch rändern. Ich wär ja, wollte ich auch sagen, ich muss sowieso erst mal rändern. Und das dauert ja durchaus auch bis hin. Äh, äh, Nexus, ich hab keine Ahnung. Hast du einen Plan, wie, wie, wie lange wir ungefähr aufnehmen schon? Ja, wie soll ich sagen, wir können, ja, kurz stoppen und dann, äh, ja, das guckt, das meint ich. Wir können ja kurz stoppen und dann wieder weitermachen. Sind wir dann wieder zusammen? No homo. Sind wir dann wieder zusammen? Ja. Ja. Okay, okay, okay. Also Leute, wir machen jetzt hier einen Schnitt. Da gehe ich mal der Meinung bin ich bei der Meinung. Du zählst bis drei, ne? Dann machen wir Pause. Obwohl das war kein Sinn mehr. Äh, bei mir zeigt's nicht mal Dinger an. Das ist, das ist Dinger. EFPS zeigt's nicht mehr an. Hä? Versteh ich nicht. Ich schätze. Also. Tschüss. Jetzt. Stoppen. Okay, tschüss.